Joseph John Rochefort war ein amerikanischer Marine-Kryptograph im Zweiten Weltkrieg. Rochefort trat 1918 der US Navy bei und wurde nach dem Studium am Stevens Institute of Technology 1919 Schiffsingenieur auf dem Tanker USS Kuyama. In der Marine fiel sein Talent für Kreuzworträtsel und Bridge auf. Und er besuchte kryptografische Kurse bei Lawrence Sefford und Agnes Meyer-Driscoll vom Kryptografischen Dienst der US Navy. 1926 bis 1929 war er stellvertretender Leiter des Kryptografischen Marine-Dienstes OP-20G in Washington, D.C. Und 1929 bis 1932 erhielt er eine Ausbildung in japanischer Sprache. 1936 bis 1938 war er in San Diego als Aufklärungsoffizier für den 11. Marinebezirk stationiert. Dazwischen war er immer wieder auf Schiffen der US Navy im Dienst. Anfang 1941 wurde er von Sefford nach Hawaii geschickt, um in der Zweigstelle Station Hypo an der Entschlüsselung des japanischen Marine-Codes zu arbeiten. Wobei er sich nach dem Überfall auf Pearl Harbor die besten Kryptografen und Linguisten in der US Navy aussuchen konnte. Wie Thomas Dyer und Josef Finnegan. Nach Pearl Harbor waren Kryptografen unter seiner Leitung erfolgreich in der Teilentschlüsselung des japanischen Marine-Codes JN25. Im Mai 1942 entschlüsselten und analysierten sie bis zu 140 japanische Botschaften. Insbesondere konnten sie das eigentliche Ziel eines japanischen Flugzeugträgerverbandes im Pazifik ausmachen und so zum amerikanischen Erfolg in der Schlacht um Mitway 1942 beitragen. Die vorgesetzte Stelle OP-20G in Washington vermutete ein anderes Angriffsziel. Klarheit über Ziel und Zeitpunkt brachte die japanische Antwort auf eine gefälschte amerikanische Klartextmeldung, dass auf Mitway Wassermangel herrschen würde, weil der Frischwasserkondensator defekt sei. 1942 bis 1946 leitete er die Pacific Strategic Intelligence Group in Washington. Er war zuletzt im Rang eines Käpt'n. 1984 erhielt er posthum die Navy Distinguished Service Medal und 1986 die National Defense Service Medal. Er wurde 2000 in die Hall of Honor aufgenommen. Verweise, laut SSDI. Auf der Webseite der NSA wird 1898 angegeben.